Let's get finished nicely sooo dann wollen wir mal gucken, dann wollen wir unsere Aufgaben annehmen und ich hab echt kein gutes Gefühl dabei mit Azuma weise sind sie ja ja ne ist klar Phrasenscheißcomputer oh die Musik hat sich verändert auf was sollen sie es denn sonst abgesehen haben dann können wir die 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 können doch beide nix. Super, ich darf jetzt Shikamaru spielen. Nein, ich spiele immer noch Azuma. Aber Shikamaru nimmt doch die Führung, hat er doch gerade gesagt. Okay. Beginnt einen Überraschungsangriff auf die Akatsugi und nimmt sie fest. Ich zähle auf dich, Azuma. Okay. Halt, 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 halt. Achso, das war nur so eins. Okay, gut. Nix gesagt, ich dachte, das wäre so eine Perle jetzt. Tja, Akatsugi. Ach, ja. Diese Mission scheitert. Nein, diese Mission wird leider etwas komplizierter. Hirama, Hiraya, ne, Hiraya, Hiraya war ja Ding, ich weiß immer nicht, wie diese eine Heimmensch hieß. Komm ich immer noch nicht drauf. Weißt du, das ist der Nolabda? Wie ist denn dieser Hikabi? Ah, Kuranai. Ich bin der Nolabda. Astuma. ocurre. Wie ist denn das? Nuno wird ersekten. Ja. So, wo ist? Okay, Kuranai wird ziemlich traurig. Ich finde, das haben sie jetzt etwas zu kurz eingebaut, alles. Es ist für mich irgendwie keine Bindung jetzt dazu. What the fuck? Was waren die denn hier? Wo sind eigentlich Ino und Choji? Die müssen noch mit? Hey, das ist nicht so schön, dass wir uns zwei zusammen sind. Was sind die? Ich habe ein paar Sachen in den nächsten Mal gemacht. Was sind die Arsma-Astuma-Astuma-Astuma-Astuma-Astuma? Ja. Was sind Sie? Hä? Ich habe die Narte zu sehen. Oh, stimmt. Dann können Sie sich mal prüfen, um zu früh. Ja. So, oder? Alles klar, bitte. Ja, danke. So, dann gehen wir uns auch. Okay. Und wie geht es deinem Körper? Wie geht es deinem Körper? Hey, hey, hey! Wir sind Ihre Meinung nach. Ich habe auch versucht, dass wir uns nicht immer wieder in der Nähe. Ich habe schon wieder eine Reise. Aber ich habe es ein Problem. Ich habe für euch mit diesem Schuss noch alles geholfen. Oh, ja. Ich bin schon von Asma und vorhin. Ich habe ihn gesagt, wir machen uns zu ihr. Oh, ich bin mir aus Asma. Ich bin ein bisschen sehr, was ich. Ich bin sehr froh, dass ich mich sehr froh. Hast du eine Anfrau von einem Arschluss? Ja, ich habe eine Anfrau von einem Arschluss. Ich habe die Anfrau von einem Arschluss. Wenn du dann nach Asuma gekommen bist, dann gibt es noch einen Wunsch zu sagen. Ich habe das eine Anfrau von einem Arschluss. Das ist nicht so. Ich habe mich schon wiederholt. Das ist so krass, Naruto kriegt von jedem seine Suppe bezahlt, ey. Der von dir gestaltete Charakter ist jetzt Naruto. So, was muss ich jetzt machen? Soll ich jetzt essen gehen? Ja, nee, ist klar. Ich habe hier aber auch viel bessere, sag mal, arbeitet dein Vater in der Schokoladenfabrik. Wieso, weil ich so fett bin? Nein, weil du so fett bist. Und das ist auch sehr schön. Was mir auch immer ganz gut gefällt ist, sag mal, bist du vom Himmel gefallen? Wieso, weil ich auch sehr wie ein Engel? Nein, weil es verdammt heftig gewesen sein muss, der Aufschlag. Einfach. Das liegt daran, dass sie eine blasse Haut hat. Naja, naja, naja. Oder, wieso liebst du mich? So viele wie Sterne am Himmel sind. Aber es ist Tag. Ich weiß. Ich weiß. Es ist ein Lord Shiraishino oder sowas, ey. Musst mich auch mal informieren, Alter. Meine Damen und Herren. Was ist es? Hahahaha Ich weiß nicht, ob ich es nicht wissen, ob ich es nicht verstehe, ob ich es nicht verstehe. Das war's für mich. So, was auch ein schöner Spruch ist, ist, äh, sag mal, willst du meine Sonne sein? Wenn sie antwortet mit Ja, muss ich sagen, dann halte bis jetzt 152 Millionen Kilometer Abstand von mir. Das kommt auch immer super, finde ich. So, wir nehmen jetzt mal eine erstklassige Wundsalbe. Jetzt kommt, ich bin bereit. Lass uns batschen, Hidan. Ja, was denn? Laber mit mir! Oh, damit könnte ich aber deinen Ruf schaden, das geht doch nicht. Kampf aber haben, Kampf beginnen. Ja, müssten wir eigentlich mal. So, jetzt hör auf, auszuweichen, du Blöder. Da. Loi, hab ich echt nur getroffen, dieser blöde Loser. Okay, jetzt du. Wie konntest du da nicht treffen jetzt? Chikamaru, ich bin maßlos enttäuscht. Boom! Ich dachte, ich wäre, ich dachte, Azuma wäre, ähm... Windenergie. Wieso kann er denn... Reich aus! Und jetzt schön batschen. Jetzt bleib stehen, Alter. Ich verprügele dich so windelweich, dass nicht mal meine Oma, die ein zehntausendteiliges Puzzle in zehn Minuten zusammenstecken kann, von einem wolkenlosen Himmel, dich wieder zusammenfühlen kann. Ja, ohne Witz jetzt, Junge. Bin ich mir egal. Gefickt ausgeschädigt. Bam, komm. Endlich. Boah, Alter. Ja, bei Idan darf man nicht unterschätzen, Alter. Gesundheit! 60! Zeit 63! Bonus 2555. Arang 1,3. 3321. Heranwachsender. 675.000 Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. Schöne Ding. Laden. Steht da. So, wir haben Idan besiegt, aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist ganz und gar nicht kotrektal. So, wie lange nehmen wir jetzt überhaupt schon auf? 45 Minuten. Ja, geht noch ein bisschen. Nur ein Kratzer ist tödlich. Nur ein Kratzer ist tödlich. Ja, das ist ein Kratzer. Was ist da? Oh, ich bin der Kratzer. Ja, ich bin der Kratzer. Ne, ich bin der Kratzer. Ja, es hat doch eine Opfergestalt angenommen. Ja, es hat doch eine Opfergestalt angenommen. Und dann kann er nicht mal dabei sterben Aber er fügt ihn sich selber zu Weißt du Es ist ja nicht so Dass das das